Hier vereinen sich die Künste zweier starker Manufakturen. Das Landskron Brauhandwerk aus Görlitz und die süße Kunst der Schokoladenmanufaktur Felicitas aus Hornung. Ein elegantes und hopfenbetontes Festbier. Dazu eine extra kreierte Zartbitterschokolade mit einem Hauch Hopfen und fein gemahlenem Malz. Die Sonderedition Edel. Ein doppelter Genuss von Festbier und Schokolade. In limitierter Auflage, nur für kurze Zeit.